Ja, hallo, ich bin euer Sanderhawk. Wie ihr seht, ich bin zurzeit nicht zu Hause. Ich bin zurzeit in Reha, in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bad Neuenahr-Ahrweiler, das liegt im Ahrtal, also da, wo vor drei Jahren diese schlimme Flut fast alle Orte irgendwo mehr oder weniger unter Wasser gesetzt und zerstört hat. Und vieles ist hier auch leider heute noch nicht so ganz hundertprozentig. Was teilweise daran liegt, ja, das liebe Geld, fehlende Handwerker, fehlendes Material, irgendwo fehlt es an allem. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht für mich um das Thema Reha. Viele sagen ja immer, Reha, Reha ist scheiße, Reha macht man nicht, Reha ist blöd. Ich finde Reha toll. Vielleicht kommt das daher, dass ich ohne Erwartungshaltung in die Reha gegangen bin. Die Eingangsuntersuchung mit meiner Ärztin hier hat eine gute Stunde gedauert. Es wurde nicht nur mein Diabetes abgefragt, nicht nur mein Übergewicht, sondern auch meine Blutdruck-Thematiken, irgendwelche Hautprobleme, dann noch entsprechend mein Magen-Darm-Problem, dies, das, jenes. Wann hat euch das letzte Mal ein Arzt so ausführlich zugehört? Dann kommt immer dieses Übliche. Ja, aber das Essen im Krankenhaus schmeckt nicht. Also ganz ehrlich, wenn das Essen, was der Koch hier eine Etage unter mir da macht, jemanden nicht schmeckt, der hat keinen Geschmack. Das schmeckt Bombe! Es mag vielleicht auch daran liegen, dass die hier in der Reha natürlich deutlich mehr Geld zur Verfügung haben. Ein normales Krankenhaus hat für ein Essen für einen Patienten nicht mehr als 5 Euro zur Verfügung. Hier ist es der doppelte Satz. Und den Unterschied merkst du. Es wird vieles frisch gekocht. Die backen hier teilweise ihre eigenen Brote. Die machen ihren Joghurt selber. Die machen, ja, eigentlich fast alles irgendwo, kommt aus eigener Fertigung hier. Sämtliche Essen sind nicht irgendwie die Convenience-Produkte, sondern werden in der Küche selbst zubereitet. Wer will sich da beschweren? In der Regel hat man die Auswahl zwischen zwei Mahlzeiten pro Tag. Wobei es da eine Art Ampelsystem gibt. Rot kommt fast gar nicht vor. Kommt auch nicht vor. Ich habe noch nie Rot auf der Liste gesehen. Es gibt meistens immer irgendwo was Gelbes und was Grünes. Grün ist perfekt. Kann man essen. Gelb, naja, kann man mal machen. Aber nicht so viel davon. Man findet immer was, was da zwischen Lecker ist. Man kriegt lecker Lachs zu essen. Man hat Zanderfilet. Gestern hat es Königsburger Berger Klopse gegeben. Wir hatten hier schon eine Kürbissuppe gehabt. Also wir haben wirklich hier das Beste vom Besten auf dem Tisch. Und man hat immer die Möglichkeit, an die Salatbar zu gehen. Entweder als Hauptmahlzeit, dass man sich einen großen Teller vollknallt. Und gerade bei uns Diabetikern wird hier eigentlich vorgeschlagen, dass man vor dem Essen eine Kleinigkeit Salat isst. Das soll den Zuckerwert positiv beeinflussen. Gut, ich glaube dran. Und von daher mache ich das einfach mit. Ich muss auch zugeben, dass sich mein Geschmack hier ein kleines bisschen geändert hat. Früher konnte ich nie schwarzen Kaffee trinken. Es ging einfach nicht. Ich trinke hier nur noch schwarzen Kaffee. Vielleicht, dass es auch irgendwo im Kopf Klick gemacht hat. Weil ich habe vor meiner Reha mit zwei Ärzten ein Gespräch gefunden gehabt. Und ich sage mal so, das Ergebnis bei dem Gespräch war nicht wirklich... Ich sage mal so, es sind ein paar harte Worte gefallen. Und einen Teil dieser Worte will man so gar nicht hören. Dann ist es immer von wegen, ja, aber das Programm und die machen ja so viel. Und es wird ja auf nichts geachtet. Dies, das, jenes. Nein, stimmt nicht. Kann ich nicht bestätigen. Normalerweise gibt es hier zwei Gruppen für Ausdauer. Einmal die Nordic Walker. Die habe ich am ersten Tag gesehen. Und habe gleich gesagt, nö, das ist nichts für mich. Mit dem Tempo, mit meinem kaputten Rücken? Nein. Die Geha, das hätte funktionieren können. Hätte ich mir nicht zwischendurch beim Reha aktiv mein Rücken ein bisschen angefetzt. Da ist dann die zweite Runde mit dem Gehen leider, ja, halb ins Wasser gefallen. Äh, die halbe Strecke bin ich hingekommen. Und auf der Rückstrecke, da hätte ich mich am liebsten auf die Schreckbank gelegt, dass man am Rücken wieder sagt, ich funktioniere wieder gerade. Ja, aber auch dafür hatte man eine Alternative. Ich wurde ins Laufband dann eingewiesen. Ich kann einen Crosstrainer benutzen. Und andere Ausdauergeräte. Oder auch selber beim Aktivfit. Das ist natürlich sehr trainerabhängig. Der eine Trainer macht es ein bisschen besser. Der andere Trainer macht es ein bisschen weniger gut. Aber in der Regel, wenn du mal eine Übung nicht gekonnt hast, ja, der Trainer ist zu dir gekommen, hat dir gezeigt, was du an dessen Stelle machen kannst. Das habe ich an anderen Orten auch schon mal komplett anders erlebt. Ich sollte auf dem Sitzergometer. Auf dem normalen Ergometer sah mich die Ärztin nicht, wegen meines Rückens, wegen, ja, der riesen Fettschürze, die ich vor mir her trage. Ja, auf dem Sitzergometer wurde nichts, weil da wurde mir wieder die Fettschürze zum Verhängnis. Die hängt natürlich voll auf den Oberschenkeln drauf. Und wenn die mit Druck dann noch darauf gepresst wird, werden die Oberschenkel taub. Und dann ist nichts mehr mit treten. Auch dafür gab es eine Lösung. Man hatte noch Fußgeräte da, wo ich in bequemerer Position sitzen kann und trotzdem meine Ausdauer trainiere. Also man bemüht sich hier schon wirklich dafür, dass man irgendwo was machen kann. Und was ich geil finde, Hydrojet. Das ist wie ein Wasserbett, wo eine Massagedüse über deinen Rücken rauf und runter, rechts nach links und so weiter umher wandert. Ich glaube, so ein Ding zu Hause und ich schlafe da drauf, ich komme den nächsten Morgen als Wackelpudding aus dem Bett. Also von daher, Reha ist gar nicht mal so falsch. Vor allen Dingen, man lernt wieder Bewegung, man lernt vernünftige Ernährung und die ganzen Kurse, die man drumherum macht, wo man lernt, mit seiner Krankheit besser umzugehen und vor allen Dingen auch mal erfährt, was ist das überhaupt? Was nehme ich überhaupt für Medikamente? Wofür sind diese Medikamente gut? Das ist eine Sache, die ist fast unbezahlbar. Die kriegst du bei keinem Arzt. Die haben gar nicht die Zeit dazu, um dir zu erklären, was alles diese Medikamente, die du so in dich reinstopfst, mit dir alles anstellen. Hier wird das gemacht. Hier wird dir häppchenweise erklärt, was die Krankheit, die man so an sich hat, mit einem machen, was die Gefahren sind, was passieren kann, wie man irgendwelche Sachen vermeiden kann, wie man es besser machen kann. Ja, man wird eigentlich selber zum mündigen Patienten herangezogen. Und das ist eigentlich optimal. Obwohl, ich glaube, das ist nicht ganz jedem Mediziner recht, wenn der Gegenüber auch einigermaßen darüber Bescheid weiß, was er eigentlich für eine Krankheit hat. Medikamente habe ich hier auch alle gekriegt, wobei, Herr Lauterbach, wir haben ein Problem. Ich nehme als Medikament für meine Diabetes unter anderem Zikdu. Normalerweise kein Problem. Und du hast doch den Leuten mal erklärt, ja, äh, diese, äh, Mangel, äh, von Medikamenten. Das wird alles, äh, in der richtige Bahn kommen. Du hast irgendwelche Richtlinien gemacht. Nee, funktioniert nicht. Ich habe heute meine restlichen Tabletten bekommen. Und am Tagesende ist es jetzt leider so, dass, äh, ja, ich nehme jetzt zwei Tabletten statt einer. Weil die Tablette, die ich eigentlich nehmen sollte, nicht lieferfähig ist. Nicht super. Ähm, ja, es ist ja mal so, es gibt ja genug andere Medikamente, wo dasselbe im Grün ist. Ich habe das Problem oft genug mit meinen Asthma-Mitteln. Also von daher, äh, sollte man da doch mal ein bisschen mehr gucken von der Politikseite, was da passiert. Weil tragbar ist das so auf Dauerhäfte nicht. Aber das kann ich hier nicht der Reha anrechnen. Die können nichts dafür, wenn ein Medikament nicht auf dem Markt verfügbar ist. Ja, es ging darum, eventuell, dass meine Reha verlängert wird. Hm, nein, wird sie nicht. Ich bin leider eine Art Musterpatient, wie es aussieht. Abgesehen von dem Eingangswert, wo ich hier reingekommen bin, der so ein bisschen leicht überhöht war, habe ich auf einmal perfekte Zuckerwerte. Mein Blutdruck war sowieso vorher schon ganz gut eingestellt gewesen. Tja, auch der ist fast perfekt. Damit gab es keine Begründung dafür, dass man die Reha bei mir verlängert. Aber dafür wird es wahrscheinlich viele Folgeverordnungen und Empfehlungen auch für meine Hausärztin geben. Was definitiv noch ansteht, ist eine Magen- und Darmspiegelung, weil ich habe erhöhte Entzündungswerte. Gut, ich bin Asthmatiker. Meine Bronchien sind eigentlich permanent entzündet, was ich allerdings mit meinen Asthmamitteln so ein bisschen im Schach halte. Die können aber nicht die Werte verursachen, die im Blutbild gefunden worden sind. Also muss da noch irgendwas anderes sein. Und dann ist das Einzige, was da noch übrig bleibt, halt unten der Bauch und der Darm. Und dann müsste man halt mal gucken, was ist da nun wirklich nicht in Ordnung. Das kriegt man eine Hausärztin jetzt mit als Hausaufgabe, damit auch das in Ordnung kommt. Und ja, es wird sich bei mir nach der Reha einiges ändern. Wir haben hier auch Übungen gemacht in Sachen Stress und Entspannung. Und ich bin mit mir selber übereingekommen, dass das, was ich die letzten Wochen, Monate gemacht habe, Raubbau an meinem eigenen Körper war. Teilweise war es so gewesen, dass ich morgens vor sieben Uhr im Büro war und abends erst um 17, 18 Uhr das Büro verlassen habe. Natürlich bleibt dann keine Zeit mehr dafür, vernünftig zu kochen. Es bleibt keine Zeit dafür, Sport zu machen. Es bleibt eigentlich keine Zeit, dass man sich selber kocht. Man fällt abends nur noch ins Bett. Nein, das geht nicht. Ich bin fast dazu geneigt, wir machen ja bei uns im Betrieb jedes Jahr eine Lohnrunde, dass ich dieses Jahr eventuell auf das Mehrgeld verzichte und stattdessen sage, ich nehme eine Arbeitszeitverkürzung. Muss ich noch gucken, muss ich sehen, wie sich das alles einhergeht. Ich sage mal so, wir haben ja alle die Thematiken, die drumherum sind. Wir wissen alle, dass die neue Grundsteuer kommt und dass da wahrscheinlich auch mehr Geld irgendwo reingeht. Alle wollen mehr Geld haben, Krankenkassen, Pflegekassen. Ja, das muss sich ja am Ende des Tages auch irgendwo auskommen. Wenn das aber passt, wäre das für mich eine Idee. Weil ich sage mal so, ich möchte weiter Sport machen, dafür braucht es Zeit. Ich möchte regelmäßig vernünftig kochen, dafür braucht es Zeit. Und diese Zeit, die muss irgendwo herkommen. Was natürlich für mich auch kommen wird, ist dann, dass ich dann nicht mehr solche Nummer mache, dass ich wirklich dann Tage dazwischen habe, wo ich zehn Stunden im Büro bin. Ich werde versuchen, mir einen festen Korridor einzubauen, so plus minus halbe Stunde, wo ich dann morgens entsprechend anfange und Feierabend mache, damit die Tage und vor allen Dingen auch das, was vor und nach der Arbeit ist, für mich planbar ist. Weil ich habe keine Lust, jetzt nachdem ich hier die gute Erfahrung gemacht habe, wie es besser laufen könnte, ja, diese guten Anfänge wieder irgendwo aufs Spiel zu setzen. Dann auch, was die Ernährung will, natürlich geht. Ich möchte vieles, was ich hier gesehen und gelernt habe, auch so in dieser Form weitermachen. Das setzt aber auch voraus, dass ich das eine oder andere vorbereite, weil ich sage mal so, mit einer halben Stunde Mittagspause tust du nicht an der Arbeit mal nebenbei kurz ein Menü mit Gemüsevorspeise vorbereiten. Nein, das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss mir dann irgendwelche Sachen basteln, wo ich dann das Essen entsprechend vorbereite, weil ich möchte es schon ganz gerne haben, dass ich mittags dann entsprechend eine warme Mahlzeit mache, weil abends dann unter Umständen dann halt Sport in Form von irgendwelchen Studioaktivitäten anstehen könnte. Also von daher, das muss alles irgendwo in sich reinpassen. Ich habe so schon weniger Salz bei mir zu Hause am Essen gemacht. Natürlich auch weniger Zucker soll da dran kommen. Fleisch, ja, das ist auch so eine Sache, da möchte ich auch so ein bisschen von weg. Ja, das wird auch noch lustig, wenn ich mir dann bei uns an der Arbeit zum Beispiel so Sachen denke, wo dann zum Geburtstag die obligatorische Pizza ausgegeben wird oder Weihnachtsfeiern mit fetten Steaks gemacht werden. Ja, kann man alles machen, aber das ist nicht mehr so das meine, weil ich gelernt habe, dass es für mich nicht zuträglich ist und das ist mir ohne dem toi, toi, toi. Also ich muss meinen Magen ein bisschen loben, auch wenn immer noch der Oberbauch ziemlich am Spannen ist. Die Schmerzen sind zumindest im Moment fast komplett weg. Und das ist halt etwas, wo ich dann sagen muss, ja, das möchte ich gerne so beibehalten, das möchte ich nicht wieder verlieren. Ja, was auch Bewegung angeht, ähm, ich habe dann, äh, natürlich auch schon ein bisschen geguckt, es gibt natürlich Reha-Gynastik. Äh, nur da gibt es nicht so viele Anbieter bei uns in der Gegend und ich möchte da nicht unbedingt, äh, in so Gruppen reinkommen, wo deutlich sportlichere Leute, äh, 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 aktiv sind. Von daher, äh, muss ich gucken, was ich da mache. Es gibt, soweit ich es mittlerweile, äh, erklärt bekommen, habe auch die Möglichkeit, äh, Reha-Sport an Geräten zu machen. Da müsste ich dann halt auch mal gucken, wer bietet sowas eben an, wer kann sowas machen. Aber auch da wird sich mit Sicherheit das ein oder andere dann finden. Also da mache ich mir gar keine Gedanken, dass es da keine Lösung geben könnte. Also das geht für mich dann natürlich auch in, äh, eine sehr positive Richtung. Und dann möchte ich gerne halt zweimal die Woche halt Gerätetraining machen. Darüber hinaus möchte ich ja natürlich die Option haben, auch noch mehr zu machen. Das heißt, äh, es wird nicht ein, mit der Verordnung abgetan sein. Eine reguläre Mitgliedschaft wird im Hintergrund natürlich da auch noch mitlaufen müssen. Äh, wir haben hier zwar eine, ein Studio, was auch mit dem Schwimmbad was zu tun hat. Da habe ich nur das Problem mit meiner Chlorallergie, äh, dass mir dann, äh, die Augen wirklich, äh, vom Chlorzug schwellen. Ist eigentlich nur für den Sommer eine Option. Wir haben hier in Eschwege, also bei uns in Eschwege mittlerweile ein Naturbad, ein Freibad gebaut, was ohne Chlor auskommt. Es steht aber halt nur in den Sommermonaten zur Verfügung. Das muss ich mal erwägen, ob es das jetzt, äh, wert ist, dass ich jetzt deswegen unbedingt zu dem Studio hingehe, oder ob ich mir da irgendwo was anderes suchen muss. Aber das findet sich. Ich möchte so drei- bis viermal die Woche mindestens eine halbe Stunde, äh, äh, gehen, damit, äh, auch die Beine in Bewegung bleiben. Also von daher, äh, Bewegung wird weiterhin im Programm bleiben. Es geht nicht anders. Ohne Bewegung, äh, kein Abnehmen. Das ist, äh, da muss man einfach, äh, ehrlich sein, ohne dem wird es nicht funktionieren. Ja, und dann ist halt dann auch dann die Möglichkeit für mich, dass ich so ein bisschen für Entspannung sorge, äh, auch für meinen Rücken für Entspannung sorge. Ich habe mitgekriegt, äh, auch oben im Schwimmbad. Die haben zwar hier kein, äh, die haben da zwar nicht, äh, ein Gerät, was sich Hydrojet nennt. Das nennt sich irgendwie Recovery Jet. Ist aber haargenau dasselbe, äh, macht auch haargenau dasselbe. Und ich sag mal so, die Nummer, die kostet gerade für eine Sitzung 5 Euro. Wenn ich das, äh, jede Woche mal mache, dann sind das im Monat 20 Euro, die man dafür ausgibt. Ist nicht die Welt, tut aber den Rücken wirklich gut. Also von daher, äh, es gibt so viele Möglichkeiten, sich was Gutes zu tun. Und man gibt an so vielen Ecken und Enden Geld für Quatsch aus. Also, äh, äh, von daher, äh, sollte man nach, äh, überlegen, was man so alles machen will. Ja, äh, ich sag mal so, es wird halt wirklich dann nach nach wieher bei mir etliche Veränderungen geben. Auch für die Arbeit, äh, hab ich das eine oder andere, was ich gerne für die Zukunft anders machen möchte. Weil, äh, am Ende des Tages muss ich sagen, es geht um mein Leben, es geht um meine Gesundheit. Und das geht für mich jetzt einfach mal fort, vor. Und mit den Prognosen, die mir auf den Tisch gestellt wurden, bin ich froh, äh, dass ich jetzt, ja, eine Woche vor Reha Ende sagen muss, ist es noch nicht ganz dunkel, eine kleine Kerze brennt noch, äh, schau mal, dass das Feuer wieder angeht. Also, für mich hat sich die ganze Sache bisher hier gelohnt. Eine Woche habe ich, wie gesagt, noch. Es kommen noch die letzten Werte. Dann, Freitag habe ich noch mal ein Blutbild, äh, was gemacht wird, äh, Freitag werden auch noch mal, äh, über den Tag ein Screening der Zuckerwerte gemacht. Ja, und dann wird am Montag, kommt dann die große Besprechung, wie es alles nach der Reha weitergehen soll. Äh, wahrscheinlich wird auch die eine oder andere Verordnung noch, äh, mitgegeben. Es wird einen riesengroßen Bericht von meiner Hausärztin geben. Deswegen habe ich ja auch bei der Arbeit schon angekündigt, wenn ich von der Reha nach Hause komme, äh, die ersten ein, zwei Tage braucht er mich nicht anzusprechen. Ich mache da Urlaub, weil ich da erstmal dann auch mit meiner Hausärztin widersprechen muss und gucken muss, äh, auch wegen eventuell anderer Medikamente, dies, das, jenes, äh, wie das insgesamt da weitergehen soll. Also, wie gesagt, für mich hat es sich gelohnt. Ich kann es jedem anderen auch nur empfehlen, sowas zu machen. Äh, eine Reha kann man normalerweise alle vier Jahre machen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch alle zwei Jahre möglich. sprecht eventuell mit euren Ärzten über das Thema. Die helfen euch bei der Beantragung. Äh, wundert euch bitte nicht. Ihr müsst teilweise die Papiere zwei-, dreimal und mit denselben Informationen ausfüllen. Das ist mir auch sowas von auf den Senkel gegangen. Aber am Ende hat es sich für mich gelohnt. Und ich hoffe, äh, ich kann da noch sehr viel mehr daraus mitnehmen und wieder in die Bereiche reinkommen, wo ich früher einmal war, weil, äh, mir hat früher das Laufen sehr viel bedeutet. Ich wäre glücklich, wenn ich es irgendwann schaffe, wieder in den Bereich reinzukommen. Es muss nicht unbedingt wieder so sein, wie in den 2011, 2012, 2013er Jahren, dass ich, äh, so ein kleiner Wettkampf-Yankie werde. Äh, einfach für mich selber aus Spaß an der Freude loslaufen können, eine Stunde zu laufen ohne, dass man hinterher Schmerzen hat oder, äh, dass ich ein Beatmungs hält. Damit wäre ich auch vollkommen glücklich. Ja, zum Thema, was macht das Gewicht? Ja, so viel habe ich eigentlich gar nicht verloren. Stimmt nicht. Ich war am Wochenende in Köln. In Köln, äh, bin ich ja fast den ganzen Tag rumgelaufen. Ja, mein einziges Problem, was ich hatte, ja, ich musste meine Hose laufend wieder festbinden, was mir dann zeigt, dass ich am Bauchumfang wohl einiges verloren habe in der Zwischenzeit und die Ärzte hier haben mittlerweile auch erklärt, ja, Gewichtsverlust ist in Ordnung, aber der Verlust am Bauchumfang ist eigentlich noch viel wichtiger. Für mich zeigt das auf jeden Fall, da beides passiert ist, ich habe ein bisschen Gewicht verloren und ich habe wohl auch Bauchumfang verloren, weil sonst würden die Hosen nicht verrutschen, die rutschen nicht von alleine. Geht auch das in die positive Richtung und wie gesagt, mein Ziel wäre es gerne wieder, dass ich wieder dahin komme, wo ich mal war, unter 100 Kilo. Normalgewicht will ich gar nicht haben, da war ich noch nie, da habe ich, ich glaube auch nicht, dass ich mich damit wohlfühlen würde. Ich wäre schon glücklich, wenn ich unter 100 Kilo wäre, das wären zwar immer noch fast 20 Kilo über Normalgewicht, aber es wäre trotzdem ein deutlich gesünderes Leben, als wie es heute ist. Ja, in dem Sinne, ich glaube, ich habe heute genug geplappert, habe euch genug erzählt. Wie gesagt, wenn es bei euch irgendwo ansteht, probiert es einfach für euch aus, schaden kann es nicht, ihr verliert im besten Fall nur Zeit, aber wenn es vielleicht so einen positiven Effekt hat, wie es jetzt für mich gerade hat, wäre doch in Ordnung, oder? Also in dem Sinne, euch alles Gute, bleibt gesund, ja, wir hören uns nach der Reha wieder. Euer Sanderwark wir sehen uns und dann goze, für euch,